Also Grindr hat diese Erkundungssuchfunktion, die es dir erlaubt, Typen aus anderen Städten, sogar aus anderen Ländern zu finden. Aber ohne Grindr Extra haben sie nur eine begrenzte Anzahl von Ergebnissen. Und wenn sie eine Nachricht senden oder einen Nutzer antippen möchten, muss man wirklich ein paar nervige Werbungen ansehen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mehr Typen von überall auf der Welt auf Grindr ohne Grindr Extra zu kaufen treffen kannst. Also, bleib dran! Willkommen zurück! Wenn du also mehr Typen auf Grindr entdecken willst, ohne Grindr Extra zu kaufen, ist die einfachste Lösung, den GPS-Standort auf deinem Gerät zu ändern. Ich werde dir zeigen, wie du es auf iOS machen kannst. Also, lasst uns mit iOS beginnen. Da wir unseren GPS-Standort nun auf Russland geändert haben, würden die empfohlenen Benutzer auf Grindr alle auf unseren aktuellen virtuellen Standort, der Russland ist, zugewiesen. Und es gibt keine Werbung oder irgendeine Art von Einschränkung. Nach dem Ändern des GPS-Standorts mit Any2 können Sie eigentlich den virtuellen Standort auch in allen anderen sozialen Apps oder ortsbezogenen Apps verwenden. Sie können einen Standort für Tinder, Facebook, Instagram oder sogar eine Reiseroute in Pokémon Go simulieren, während Sie bequem zu Hause sind. Okay, das ist alles für das heutige Video. Wenn Sie irgendwelche Probleme oder Fragen zu unseren Lösungen haben, können Sie mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir sind immer für Sie da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.